hallo und willkommen auf meinem kanal und zu einem neuen video zu rf4 heute mal mit einem aal guide ihr habt richtig gehört vor allem interessant für anfänger ich zeige euch so die köder setup hakengrößen und im anschluss natürlich alle spots an der festung wo ich schon jemals alle gefangen habe und jetzt bricht die nacht hinein und da kommt in der zeit kann man die kann man das set up erklären habe schweden schluss drauf egal wir lassen uns jetzt mal so ein verlegen ist ja gerade jetzt schon unter zehn grad ich bin einfach mal hierhin gereist und regenwetter wir machen es überall schnell fischfetzen drauf und dann fangen wir an da kann man direkt mal erklären hier also haupt schnur ist egal wir müssen eine grundroute fehlerroute haben winkelpickerroute ich benutze zum beispiel immer die winkelpicker die gehen auch bis 30 kilo stellt aber die härteste routenspitze ein habe es in 36 kilo haupt schnur drauf was war unwichtig ist das ist auch nicht so wichtig also die vorfach farbe sowieso nicht der aal ist auch kein ängstlicher fisch ihr könnt ihr auch ruhig wenn ihr jetzt natürlich hier mit mit köder fische angelt und macht man ja auch so bis 28 kilo locker drauf an vorfach stärke damit der hecht hat eben nicht durch rapscht und dabei sind genauso die alle rein also da müsst euch keine sorgen machen bleifarbe würde ich dem grund hier schon anpassen an der festung das ist eine ja meistens diese das ist jetzt schlamm oder schlamm einfach so ein rotes clay und fertig vorfachfarbe hat im spieler gar keinen einfluss bleifarbe schon und die harten größe für alle ist alles so zwischen groß 1 und bis 6 1 2 3 4 5 6 ich habe auch schon gute aal auf 6er gefangen käse ist zum beispiel auch ein köder wir machen jetzt aber mal den fisch fetzen drauf wie gesagt bleibt habe egal nicht egal vor farbe ist egal vorfach länge müsst ihr gucken ich habe meistens 60er drauf wenn ich hier anfangen würde so dann würde ich das nicht machen bei 60er vorfach schnur habe ich oft vielleicht habt ihr es auch schon man gehabt dass die alle an die oberfläche kommen und dann schwupp dann ist er weg wenn ihr schon merkt der kontore macht einmal so als würde luft schnappen ist der auf jeden fall weg das ist mir mit 25 cm vorfächern oder dreißigern weniger passiert muss man sagen das noch als hintergrund wie gesagt hakengröße 1 bis 6 und meistens angelt man an der festung überall am rand zwischen 6 und 8 meter ganz früher wo das spiel raus kam waren es oft sechs meter tatsächlich und oft sind es aber auch acht meter mittlerweile ich mache manchmal auch sechs meter ich habe jetzt eine 6 17 18 und das war's so dann guckt man zwar die natur köder an alle weißen auf mistwürmer auch natürlich besser aber als anfänger sei geraten hier in amur anzukriegen und die ganze nacht um die festung zu laufen dreimal macht wenig spaß nutze ich kaum noch muss ich sagen weil meistens in den rekorden die dicken alle immer auf fisch fetzen wobei ich glaube an der spitze dieses jahr wirklich ein tauburm ist aber dann nur mit größeren setup würde ich sagen also wärmer ist mistwurm und tauburm gehen wir einfach mal weiter hier bei den natur köder jetzt muss man gucken dass ich hier nichts überspringe so dann haben wir auf jeden fall käse würfel kann man auch immer wieder mal probieren fisch fetzen klassiker muss ich nicht viel zu erklären krebs schwanz kann auch gut gehen auch für schleien als beifang aber das ist ein gold köder muss man sich herstellen oder eben kaufen frische können auch ziemlich gut gehen auf lockt natürlich aber auch hecht an das muss man hier mal ein bisschen durch flitschen weil es gibt ja auch noch glauben mit lauben gehen auch rotaugen und grüß dann ja das ist eine gute frage habe ich eigentlich noch nicht probiert müsste man mal probieren also lauben gehen und kaulbachschwalen an der festung geht auch ziemlich gut rotaugen toter köder fisch könnte ich mal probieren ohne gewehr das sind so die hauptköder an der alten festung für eben ja ich werde jetzt mal warten bis es hell wird dann sind wir ja auch schon quasi an spot 1 dann legen wir einfach los dann im anschluss mit den spots weil das grundlegende grundlegende vista jetzt köder haken größen schnur ist nicht so tragisch der alles wie gesagt kein steuer scheuer fisch also bis in den morgen grauen so willkommen zurück es ist hell eigentlich ein top wetter gewesen für alles aber es hat keiner gewissen ist egal natürlich habe ich eben vergessen zu erwähnen kann man natürlich die alle auch mit stipp roten oder match roten oder allgemein posten und behandeln und dann wäre ich meistens so hier einem spot das muss das mal eben einstellen hier so wenn er hier so lang liegt vielleicht ein bisschen näher hier an an der grütze dann kriege ich hier eigentlich auch immer mittlerweile mit match roten sogar besser aber als anfänger hat man sowas nicht zur hand deswegen sei es drum ja wir fangen ganz easy an wir gehen das ist systematisch durch ich kann euch sagen da oben rum da geht ähnlich viel auf wir fokussieren uns hier runter so kommt fest und raus direkt hier vorne hin bei 35 58 klassiker ist auf der karte bei e3 wie gesagt klipp sechs bis acht meter und das war's dann kann man aber auch hier versuchen quasi hier an der an den seerosenfeldern ist aber eher selten für schleien aber auf jeden fall ganz gut und auch karpfen oft und dann gehen wir direkt mal zurück hier ist ja der eingang der oldschool festung so und dann haben wir mal hier rum gucken ob ich hier noch alle zusammen kriege aber hier sind wir auch schon beim nächsten spot hatte ich letztes mal nochmal probiert hat mir ein 1,2 kilo also chat allwärts gewesen ich werfe gar nicht weit auch mit grundbleib hierhin das war's bei 37 62 ist quasi auch e3 also quasi gegenüber und das war's kann man hier schön an der kante auf seine grundrouten auslegen dann gehen wir mal weiter hier habe ich auch schon probiert nix bekommen vielleicht habt ihr auch noch spots zum ergänzen aber hier kommen wir jetzt gleich auch schon zum nächsten wo ich alle gefangen habe so hier ist ja auch so ein bekannter karpfen spot so 17 meter darüber also hier habe ich schon alle bekommen also auch gar nicht so weit vielleicht ein ticken weiter hier so zack wie gesagt ist ja alles sechs bis acht meter also hier bei 21 67 aber auch schon habe ich alle bekommen hier für die füße zack so nah habe ich alle bekommen muss auch noch 21 67 ist auf der karte jetzt bei c2 jetzt haben wir schon vier spots zusammen auf jeden fall so laufen wir weiter ich meine das sieht zwar alles an verdächtig aus aber nur ja muss man halt probieren ich kann nur die zeigen und schon viele stunden hier einfach verbracht nachts für alle zu klatschen hier ist alles alles nie was gewesen kurioser weise das heißt natürlich nicht dass da kein alb beißt aber hier bei a3 a3 und zwar da hier so die kante hier bei 0 6 59 zuletzt gingen hier auf jeden fall noch alle das auf jeden fall habe ich selber gefangen und war auch ein spot im russischen vk gewesen dann laufen wir mal weiter das einfache für euch wenn ich das einfach nur ablaufen hier ist nix hier ist nix das ist alles schmutz so ist es manchmal auf jeden fall stücke laufen so aber dann hier hier an diesem steg baum stand reingeht bei 24 30 habe ich auch schon alle gezogen hier alles an der kurze 24 30 ist bei c7 c7 jetzt muss man gucken jetzt machen wir erstmal einen sprung hier rüber da kommt nämlich auch ziemlich klassischer als bot das sind so also den ersten den ich euch gezeigt habe und der hier am zeltplatz wo man auch sein käffin brutzeln kann das sind so die klassiker spots das muss man gucken das war bei hier war das an der bürke 36 29 von mir aus hier alles ja die kante hier sechs bis acht meter vor der grütze ein hauch auch oft ein top spot gehen wir wieder zurück wir müssen ja noch unten in den schuh rein da sind auch noch ein paar stellen überall schon alle bekommen so den hat man ja gerade hier jetzt kommt gleich eine stelle die ich immer wieder feier pantoffel place feiere ich auch ich glaube das war noch wusste ich das spiel mit dem hauptentwickler mit dem dennis wo ich gerade den namen auch im chat lese leider verstorben aber jungen seite gesagt hohen frieden ein spiel ist super weiterentwickelt worden der hat seinen ersten a hier gefangen pantoffel place trotzdem man fängt kein arme hier bei es ist kurios f8 ich habe so oft probiert hier an dieser kack bürke bei 42 20 6 meter war der clip also hier quasi aber die stelle ist trotzdem interessant mit taubung und co ich hatte mal zwei trophäen schleien quasi hintereinander also eine ingame minute bum bum zweimal ist mir noch nie passiert sowas bleibt natürlich ein bedächtnis aber habe ich hier nicht mehr gesehen aber gar nicht weit hier rüber hier jetzt an diesem rosenfeld kann man probieren hier an der kante auf dieses grützchen da habe ich alle bekommen hier nicht mehr gehen aber weiter hier an der brücke kann man es auch versuchen auch hier so in dem bereich oder aber auch hier kommt auch schon mal vor ist nicht so häufig aber auch schon alle gefangen quasi so gehen wir mal hier am rand lang dann haben wir hier eine interessante stelle 53 13 bei g9 ganz unten in der ecke hier quasi einfach ihr wisst schon grützchen rand sechs bis acht meter hier diese kante lang auch schon alle bekommen so weiter geht's jetzt muss überlegen hier hatte ich noch nie irgendwas kurioserweise also wenn ihr hier irgendwo was anderes schon mal nahe hatte gerne mal unterschreiben würde mich auf jeden fall interessieren ich habe hier unten in der ecke nichts bekommen frösche gehen hier schon wo man sowieso schon mal dabei sind hier einfach jetzt kommen aber noch zwei interessante stellen das muss man gucken hier war lange nicht mehr gewesen ich glaube die kommen jetzt irgendwo mit einem baum stumpf glaube ich ich glaube das waren aber auch die letzten jetzt sind wir hier schon wieder an dieser brücke da sind wir auch schon vorbei idiot muss man noch mal zurück kurz nachher hier war es ja auch bin ja so behindert ok noch mal bis hier also einmal habe ich hier alle bekommen bei 60 22 das ist bei h8 auch nur so entweder da oder mitten in der grütze hier so die ganze area oder aber auch direkt hier rüber und diese kante dieser bereich hier da habe ich auch schon alle gefangen ja waren schon einige stellen auf jeden fall wo ich mit sicherheit sagen kann da habe ich alle gefangen mehr oder weniger also die muss man einfach abklappern wenn man hier herum gammelt und nachts nicht weiß was man tun soll kann man sich einen von den stellen raussuchen wir haben setup gesehen kann man stippe mädchen grundruten köder haben wir gesehen falls man einen entgangen ist auch gerne runterschreiben wenn ich irgendwas vergessen habe gerne kritisieren oder ermahnen ja ich hoffe ich konnte euch ein bisschen damit weiterhelfen für leute die vielleicht mit dem spiel anfangen ihren ersten mal fangen wollen können wir mal auf jeden fall probieren in diesem sinne petri dank wir sehen uns das nächste mal haut da rein und tschüss